Dieser Ford Focus steht hier zum Verkauf. Der schwarze Kombi ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP für Sufix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Dachrailing, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 182 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,5 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.